Kei, da bist du ja. Ich bin nur hier, um dafür zu sorgen, dass Ankh überlebt. Dann fiel mir auf, dass ich gar nicht weiß, was du von der Sache hast. Ich könnte dir erzählen, dass ich als junge Diebin auf Corellia aufwuchs und dieselbe Tyrannei erlebte wie jetzt hier. Aber in der Geschichte gibt's kein Geld. Die Königin hat Kichimi dem Imperium überlassen. Da ist kein Platz für irgendjemanden sonst. Ich helfe Krisk, den Schwarm zu retten. Und sie lässt Crimson Dawn Fuß fassen. Eine Wette. Und ich setze auf Krisk. Und alle gewinnen. Nicht wahr? Ich schalte es aus. Verstanden? Eine gute Übung für deinen kleinen Raubzug. Sagt Jalen, liebe Grüße. Dieser! Na, komm, Nex. Das ist es. Das ist ja riesig. Halt dich gut fest, Nix. Das wird eine lange Kletterpartie. Das wird eine lange Kletterpartie. Okay, wir sind in Position. Wie kommst du voran? Ich bin noch immer in dieser Höhle unterwegs. Sei bloß vorsichtig. Wir müssen die Geschütze ausschalten oder der Schwarm hat keine Zukunft. Gut, also kein Druck. Also, Andy, diese Sache mit dem Schwarm. Wie funktioniert das? Der Schwarm ist das Fundament der Melito-Kultur. Alle gehorchen der Königin und stellen ihre eigenen Bedürfnisse hinten an. Oh, mehr nicht? Ja. Dachtest du, die Königin kontrolliert sie telepathisch? Was? Nein, nein, natürlich nicht. Dachtest du, die Königin. ... ... ... ... ... Es sieht aus, als wäre die Wand gleich da oben. Nur noch ein Stück. 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 Noch ein Stück. Nur 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 noch ein Stück. 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 ganze ein Stück. noch ein Stück. noch ein Stück. noch ein Stück. noch ein Stück. Wacken resizein. Cresc, die Geschütze sind aus. Dann rücken wir durch den Hofovor und besetzen den Thronsaal. Ja, gut. Und ich verziehe mich dann mal. Wanki? Was war das, Kotokin? Lass mich raten. Du sprengst ein Loch in die Wand. Ja, aber wir haben uns geschadet. Das ist unser Vater. Mino wata Uwamononaga. Ist gut. Bin auf dem Weg. Das sieht nicht gut aus. Analisieren sie. Die lassen nicht locker. Wir lassen einfach nicht nach. Nichts, lasst wir. Der Schwarm wird immer da. Sie ist frei. Ich weiß nicht mal, was das ist. Ich dachte, das Leben ist zu kurz für lange Zündschnüre. Tschüss, Schnüre. Moti's noba a pata chapono. No, pata muuja dae. Sida handoba. Keur sa horko kobos che che. But a chiilben t hate. Uwamaga cè. Tis sa kawa. Schon gut. Schon gut. Mal sehen, was ich tun kann. Das war's für heute. 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 Ich weiß. Das war's für heute. 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 Der Hup-Groegerantrieb ist gleich online. Zeit zum Spur! Wir sind im Raum von Akiva. EML 850, Sie wurden für eine Rotierplatz-Inspektion ausgewählt. Lando, das Imperium will auf mein Schiff. Weißt du, was Sie wollen? Ich hab da so ne Ahnung. Sie dürfen die Marke nicht bekommen. Schütteln Sie ab. Na gut, anschnallen! EML 850, sofort zurückziehen! Lando, erklärst du mir mal, was das Ding so wichtig macht? Kannst du ein Geheimnis für dich behalten? Hättest du mich sonst angeheuert? Die Marke ist eigentlich eine Datenkarte. In Zerac-Spielen wird sie bloß unauffällig übergeben. Ich verliere, meine Freundin von Crimson Dawn füllt sie mit Infos, meine neue Freundin gewinnt sie zurück. Das war er, aber irgendjemand gab dem Imperium Bescheid. Wir sehen uns im Dschungel, das ist sicherer. Bis dann! Bis dann! Achtung, Minen im Gebiet. Achtung, Minen. Achtung, Minen im Gebiet. 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 Minen im Gebiet. Achtung, Minen im Gebiet. Minen im Gebiet. Untertitelung des ZDF, 2020 Wir leben noch. Oh, shit. 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 Okay. Okay. Minen voraus. Tut mir leid. Oh, shit. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Sag mal, bin ich die beste Diebin, mit der du je gearbeitet hast? Nein. Top 3? Jalen hat für unsere Mission schon viele Diebe angeheuert. Du bist womöglich unter den Top 100. Wer tot ist, zählt nicht. Hm. Top 80. Wow. Du bist echt nie wirklich lange bei einer Person geblieben, was? Hast du es mal bedauert, jemanden zurückzulassen? Es war nicht meine Entscheidung, also betraf es mich nicht. Mein Ziel war immer, die Mission zu erfüllen. Es gibt nur Erfolg und Misserfolg. Keine Reue. Aha. Ich tue mal so, als würde ich es glauben. Bis später, N-D5. Gut. Na, Gedik? Wie fühlt es sich an, wenn Träume wahr werden? Ah, die Realität unterscheidet sich doch stark von unseren Kindheitsträumen. Klar, ich meine, es ist nicht ganz das, was wir wollten. Also, ich erinnere mich nicht, dass ich unbedingt ein imperialer Fahnenflüchtiger sein wollte. Oder dass du ein Todesmahl und einen Kommandodroiden haben solltest, der dich tötet, wenn irgendwas schief geht. Aber ansonsten, klar, total, wir leben den Traum. Wollen Sie Ihr Schiff, passen Sie auf sich auf. Was ist mit Ihnen? Man sieht sich. Danke für Ihren Besuch. Was ist mit Ihnen? 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Und wieder am Boden. Und wieder am Boden. Untertitelung des ZDF, 2020